Klaus, du hast ein soziales Projekt, KenZorys, das genau was beinhaltet. Was verfolgst du damit? KenZorys ist ein Projekt, ein gemeinnütziger Verein, den ich gegründet habe. Sagt ja schon der Name. KenZorys macht mal keinen Streit, keinen Ärger. Und ich setze mich dafür ein, die Welt im Kleinen zu retten. Sagen wir es mal so, in Anbelang, dass man andere Wege und Mittel findet, nicht mit Gewalt zu agieren, sondern einfach mit Liebe zu Menschen.